Guten Tag, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Guten Tag, liebe Geschwister. Beim zwölften Video der Videoserie, Was ist mit Zauberei in der Bibel alles gemeint, sind wir immer noch bei den Heiratsverboten, von denen wir etwas in 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 3 lesen. Und in diesem Video geht es speziell um die Monogamie und um die Polygamie. Ich zeige Ihnen genau, was die Bibel zu diesen beiden Eheformen sagt und was hinzugedichtet wurde und was der Staat sagt und woher die Lehren kommen, die wir heute hier haben. Lassen Sie sich überraschen, denn ich glaube, es wird auch für Sie einiges Neues dabei sein. Bis bald. Maranatha. Noch einmal zur Erinnerung. In 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 3, bekommen wir gesagt, dass es in späteren oder zukünftigen Zeiten Verbote gibt zu heiraten und dass diese Verbote dämonische Lehren sind. Hier im zwölften Video von der Serie, Was ist mit Zauberei in der Bibel alles gemeint, geht es um die Frage, ob Gottes Wort die Monogamie für Christen vorschreibt oder nicht. Wenn eine mögliche Form der Ehe verboten wird, obwohl Gott dies nicht verbietet, ist dies ebenfalls eine dämonische Lehre. Dies, die Polygamie, mögen einige Menschen als noch viel schlimmer erachten, als das Zusammenleben ohne einen weltlichen Trauschein. Dies liegt daran, weil diese Menschen die Moralvorstellungen der westlichen Welt als ihre eigenen angenommen haben und die Moral Gottes in der Bibel noch nicht kennen oder nicht wahrhaben wollen. In den klaren Bibelaussagen bezüglich der Ehe werden von diesen Menschen weitere Dinge hineininterpretiert, welche die Bibel zum einen nicht sagt und welche zum anderen weiteren klaren Aussagen der Bibel krass widersprechen. Zunächst zum Gebot, Du sollst nicht Ehe brechen. Das finden wir in 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Definition, was Ehebuch ist, finden wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament steht dies in 3. Mose 20, Vers 10. Und wenn ein Mann Ehebuch treibt mit dem Weibe seines Nächsten, so sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin gewisslich getötet werden. Und im Neuen Testament lesen wir in Matthäus 5, die Verse 27 bis 28. Jesus verschärft dieses Gebot sogar noch, aber behält die Definition bei. Die Definition von Jesus und von Moses sind nämlich in beiden Fällen mit dem Weib eines Mannes oder mit dem Weib seines Nächsten. Das Wort Weib an sich ist schon die Definition für eine verheiratete Frau. Jesus spricht nicht von allen Frauen, sondern lediglich von verheirateten Frauen. In den Neuen Übersetzungen, wo das Wort Weib mit dem Wort Frau ausgetauscht wurde, wird dies verschleiert. Im Römerbrief wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es ein Gesetz des Mannes gibt. Aber nirgends in der Bibel steht etwas von dem Gesetz der Frau. Die Aussagen bezüglich der Ehe sind immer geschlechtsspezifisch. In Römer 7, die Verse 2 bis 3 lesen wir, Denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird also Ehebruch so definiert, dass man mit der Frau eines anderen Mannes schläft. Das bedeutet ganz logisch und objektiv, dass eine Frau immer nur einen Mann haben darf. Aber es bedeutet eindeutig nicht, dass der Mann ausschließlich eine Frau haben darf. Die Treue einer Frau bedeutet daher, ausschließlich mit ihrem Mann zu schlafen. Die Treue des Mannes hingegen bedeutet, sich sein Leben lang um das Wohl seiner Frau oder auch seiner Frauen zu kümmern. David hatte viele Frauen. Das wurde in der Bibel nie als Ehebruch bezeichnet. Aber in dem Augenblick, wo er die Frau eines anderen Mannes zu sich ins Bett nahm, war auch er ein Ehebrecher. Das geht eindeutig und unmissverständlich aus 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 14 hervor. Der Prophet Nathan sagt David eine Geschichte von einem reichen Mann, der sehr viel Vieh hatte, und einem armen Mann, der nur ein Lamm hatte. Und wegen eines Festes des reichen Mannes ließ er dieses Lamm des armen Mannes schlachten. David sagt darauf, dass dieser reiche Mann getötet werden muss. Und in 2. Samuel 12, der Vers 7, lesen wir dann die Antwort von Nathan. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. In diesem Gleichnis des Propheten vergleicht er die Frauen der beiden Männer mit Vieh, was diesen beiden Männern gehört. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches für Gott, wenn ein Mann viel Besitz hat. Aber er darf nicht den Besitz seines Nächsten antasten. Gott selbst hat sogar David viele Weiber geschenkt, was aus Vers 8 hervorgeht. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, und die Weiber deines Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Judah gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Oft wird die Monogamie auch damit begründet, dass es bei allen Beispielen in der Bibel, wo es Polygamie gab, zu Problemen kam. Das ist aber wieder eine Ableitung der gelesenen Verse und ein Hineininterpretieren, was da nie in Gottes Wort gesagt wurde. Nehmen wir das Beispiel von Jakob. Er hatte neben Rahel, um die er zweimal sieben Jahre lang gearbeitet hatte, auch noch Lea, ihre Schwester. Und die beiden Mägde dieser Frauen, Bila und Silpa, als seine Ehefrauen. Und weil es da Eheprobleme gab, wird behauptet, dass dies gegen Gottes Willen geschehen sei. Dies ist aber faktisch falsch. Erstens, auch bei Monogamen-Ehen, wie zum Beispiel bei Adam und Eva oder Isaac und Rebekah, werden Probleme beschrieben. Zweitens, Jakob hatte nur für Rahel gearbeitet und ihm wurde in der Hochzeitsnacht betrügerischerweise Lea untergejubelt. In der Vorstellung dieser Prediger, welche die Monogamie postulieren, dürfte Jakob, der spätere Israel, jetzt nicht weiter für den Erwerb von Rahel sieben weitere Jahre arbeiten, sondern müsste sich mit der ungeliebten Lea zufrieden geben. Und er sagt später zu Mose, dass er die Stiftshütte nach dem Vorbild bauen soll, was er bei Gott gesehen hat. Das lesen wir in 2. Mose 25, Vers 40. Dieses Vorbild ist das himmlische Jerusalem, was gleichzeitig die Braut Christi ist. Das steht in Offenbarung 21, Vers 9 bis 27. Auch die gesamte Stadt Jerusalem im tausendjährigen Friedensreich ist ein Abbild des himmlischen Jerusalems. Dieses himmlische Jerusalem hat zwölf Tore nach den Namen der zwölf Stämme Israels. Also nach den zwölf Söhnen von Jakob. Das lesen wir in Offenbarung 21, Vers 21. Und in Hesekiel 48, die Verse 31 bis 34, lesen wir die Namen der Tore. Also hat Gott von Anfang an gewusst und gewollt, dass Jakob zwölf Söhne bekommt. Aber er hat der Frau, in der Jakob sich verliebt hatte, nur zwei Söhne geschenkt. Gott wollte also, dass Jakob mit seinen anderen drei Frauen ebenfalls Söhne zeugt. Die Behauptung, dass Monogrammie auch für den Mann in der Bibel gelten würde, ist schlicht eine Erfindung, die sich auf keinen einzigen Bibelferst mit einer direkten Aussage stützen kann. Es werden immer nur Ableitungen von Bibelfersen gezogen, welche darüber hinaus anderen Bibelfersen widersprechen. Zum Beispiel wird darauf hingewiesen, dass Gott den Adam nur eine Eva gemacht hat und nicht mehrere Evas. Das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18. Dass dieser Mann nur eine Frau hatte, bedeutet aber noch lange nicht, dass dies ein Gesetz von Gott sei. Dass ein Mann eine Frau hat, ist die Regel, im Sinne von dies ist üblich, aber noch lange keine Regel im Sinne von so muss es sein. Gott beschreibt in 5. Mose 21, Vers 15, wie sich ein Mann verhalten muss, wenn er zwei Frauen hat. Wenn dies verboten wäre, hätte Gott dies gesagt und nicht mit Auflagen verbunden. Oder es wird von Theologen darauf hingewiesen, dass die beiden Menschen, welche sich vereinigen, ein Fleisch sein werden. Was wir zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 24, in Matthäus 19, Vers 5, in Markus 10, Vers 8, in 1. Korinther 6, Vers 16 und in Epheser 5, Vers 31 lesen. Und dann wird fälschlich darauf hingewiesen, dass diese Formulierung auf Monogamie hinweisen würde. Dabei sagt ein Beispiel aus diesen Bibelfersen, nämlich 1. Korinther 6, Vers 16, dass dies ein Fleisch zu sein auch immer zutrifft, wenn ein Mann mit einer Hure schläft. Wenn ein Mann also mit 100 Huren hintereinander schlafen würde und diese danach keinen Mann mehr hätten, dann wäre dieser Mann nach den Bibelangaben mit 100 Huren verheiratet und mit jeder von ihr ein Fleisch. Der erste Akt ist dann immer der Ehebruch gegenüber den vorherigen Freier der Hure und gleichzeitig die Heirat mit der Hure. Wer diese eindeutige Aussage aus der Bibel noch nicht verstanden hat oder nicht verstehen will, dem mache ich dies mit den Nachkommen noch deutlicher. Wenn ein Mann und eine Frau ein Kind bekommen, dann ist dieses Kind ein Fleisch. Und wenn dieser Mann mit einer anderen Frau auch Kinder bekommt, dann ist jedes einzelne Kind ebenfalls ein Fleisch. Gott selbst gibt sich im Alten Testament als Bigamist aus, wenn er über das Haus Israel und das Haus Judah spricht, welche er als seine beiden Frauen bezeichnet. Nicht Gott ist untreu, weil er zwei Frauen hat, sondern diese beiden Frauen, welche sich als Huren entpuppen und er sich deshalb von ihnen scheiden lässt. Das lesen wir in Jesaja Kapitel 50 und in Jeremia Kapitel 3 und im ganzen Buch Hosea. Bei so einem Beispiel wird oft gesagt, ja, das war aber im Alten Testament, ab dem Neuen Testament in der Zukunft gilt aber die Monogamie. Diesen Menschen möchte ich zeigen, was Gott für die Zukunft prophezeit. Beim folgenden Vers geht es um den Anfang vom tausendjährigen Friedensreich, also die Zeit, in der Jesus mit eisernem Stabe regieren wird und keine Sünde mehr dulden wird. In Jesaja 3 wird der letzte Krieg in unserem Zeitalter beschrieben und dass Jesus kurz vor der Vernichtung von Israel eingreifen wird und Israel retten wird. In Jesaja 4 Vers 1 lesen wir dann, Bei der Heirat bekommt die Frau den Namen des Mannes und eine Schmach für eine Frau bedeutet, dass sie keine Kinder hat. Diese Frauen wollen also von ihrem Mann geschwängert werden. Hier wird also die Polygamie mit sieben Frauen für einen Mann als Regelfall beschrieben. Und wie schon gesagt, das ist die Zeit, in der der Teufel bereits weggesperrt ist und Jesus darauf achten wird, dass keine Sünde mehr offen ausgelebt wird. Die Polygamie für den Mann ist also definitiv keine Sünde. Wir wissen sogar austabil, wer diese überlebenden Männer mit jeweils sieben Frauen sein werden. Es sind die 144.000 Israeliten ohne Tade, welche uns in Offenbarung 7 die Verse 2 bis 8 und in Offenbarung 14 die Verse 1 bis 5 vorgestellt werden. Mit diesen Bibelangaben sagt uns Gott übrigens auch, wie viele Israeliten lebend ins tausendjährige Friedensreich einziehen werden. 144.000 mal 1 plus 7 also 8 sind 1.152.000 Menschen plus den Stamm dann, der bei den 144.000 noch nicht dabei ist, aber später wieder erwähnt wird. Also vermutlich 1.152.000 geteilt durch 12 Stämme mal 13 Stämme sind 1.248.000 Personen. Das ist dann ganz Israel, so wie wir es in Jesaja 10 Vers 21 bis 23 und in Römer 9 die Verse 27 bis 28 lesen. Wir haben bereits das Beispiel mit der Samariterin angesprochen. Einige Theologen behaupten ernsthaft, dass dies ein Beispiel für eine sogenannte wilde Ehe sei und dass dies verwerftig sei. Das sagt dieses Beispiel aber gar nicht. Bei der Samariterin liegt das gleiche Problem vor, was Jesus auch in Matthäus 5, die Verse 31 bis 32 veranlasst hat, den Menschen zu sagen, dass sie sich nicht scheiden lassen dürfen, es sei denn wegen Ehebruch. Nach göttlichem und mosaischem Gesetz durfte jeder Mann beliebig viele Frauen haben. Er musste sie nur versorgen können. Aber nach römischem Recht durfte und darf ein Mann nur eine Frau haben. Er durfte und darf nach römischem Recht zwar beliebig viele Hure nebenbei haben, sie aber nicht als seine eigene Frau anerkennen. Und er durfte und darf sich immer wieder scheiden lassen. Als Cäsar seine Frau Kleopatra nach Rom brachte, wurde sie von den Römern als Hure beschimpft, weil Cäsar vorher schon mit einer Römerin verheiratet war. Noch nicht einmal der Imperator, von dem das Wort Kaiser stammt, war in der Lage, dieses dämonische Gedankengut bei den Römern auszutreiben. Jesus macht klar, dass die menschliche Lösung, seine alte Frau zu verlassen, um eine neue Frau heiraten zu können, falsch ist. Ebenso ist es falsch, sich nicht zu seiner neuen Frau zu bekennen, wie bei der Samariterin. In unserer Gesellschaft wurde das alte römische Recht mit Hilfe der römisch-katholischen Kirche hineingedrückt. Und die meisten Theologen behaupten, die Monogamie sei biblisch, obwohl es keinen einzigen Bibelfers für die Monogamie für den Mann gibt. Das letzte Argument, was als das schlagkräftigste Argument angeführt wird und dabei erklärt wird, dass es für Christen ein anderes Ehegesetz gelten würde als für die Israeliten, finden wir in 1. Timotheus 3, die Verse 2-13 und in Titus 1, die Verse 6-9, wo es um die Ehen von Aufsehern bzw. Bischöfen und Diakonen geht. In diesen drei betreffenden Versen lesen wir folgendes. Zuerst 1. Timotheus 3, die Verse 2 und 12. Der Aufseher nun muss untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Die Diener seien eines Weibes Mann, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen. Und in Titus 1, Vers 6 lesen wir, wenn jemand untadelig ist, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind. In einigen falschen Übersetzungen steht da sogar Mann eines einzigen Weibes. Und dann wird noch von einigen Theologen, welche altgriechisch können, darauf hingewiesen, dass dieses Ein im Text ein Zahlwort ist. Hier wird also behauptet, dass der dort beschriebene Amtsträger ausschließlich eine Frau haben darf und somit die Monogamie im Neuen Testament auch für christliche Männer bindend sei. Dies würde aber bedeuten, erstens, dass diese beiden Bibelstellen allen anderen Bibelstellen zu diesem Thema widersprechen würden. Die Bibel widerspricht sich aber nie. Und zweitens, dass diese Einschränkung nur für einen ganz geringen Personenkreis zutreffen würde. Seit kurzem habe ich ein Programm mit einer Interlinearübersetzung und da musste ich feststellen, dass diese Theologen zwar die Wahrheit bezüglich diese Eins ist ein Zahlwort gesagt haben, aber dass diese Aussage eine irreführende Aussage ist. Denn diese Eins kann auch heißen Erste. Wenn wir dieses Zahlwort Erste in so einen der drei Sätze einbauen, kommt Folgendes dabei heraus. 1. Timotheus 3, Vers 2 Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann eines ersten Weibes, nüchtern, besonnen, sitzam, gastfrei, lehrfähig. Dieses Wort Erste impliziert geradezu, dass es auch möglich ist, dass derselbe Mann noch eine zweite oder dritte Frau haben kann. Er muss also mindestens mit einer Frau verherätet sein. Und zwar mit einer Frau und nicht mit einem Mann. Hier wird noch deutlicher, dass es eine Bibelfälschung ist, wenn an dieser Stelle stehen sollte, Mann von nur einer Frau. Oder einer einzigen Frau. Obwohl ich mich selbst als konservativ ansehe und für mich ausschließlich die Bibelaussagen als Wertemaßstab zählen, habe ich es jetzt vermutlich schon geschafft, nahezu 100% aller anderen konservativen Theologen gegen mich aufzubringen. Was im nächsten Video folgt, ist aber noch um ein Vielfaches krasser. Wenn ich das bringe, unterstellt man mir vielleicht sogar verachtenswerte Neigungen, welche aber gar nicht da sind. Man wird mich vielleicht persönlich angreifen, um sich nicht mit den Worten Gottes auseinandersetzen zu müssen. Aber auch das nächste, das Mindestheiratsalter, geht klar und unmissverständlich aus Gottes Wort hervor. Gott hat uns dieses Heiratsalter indirekt viermal im Alten Testament gezeigt. Er weist ausdrücklich darauf hin, wo man dieses Alter finden kann, aber zeigt es dann nur indirekt. Man muss also mehrere Bibelferse mit Jahresangaben zusammennehmen und dann rechnen. Lassen Sie sich überraschen. Bis zum nächsten Video oder bis unser Herr kommt. Hoffentlich ganz bald. Maranata.